Ist der Alibaba-Typ mit seiner leere Pranger-Karte? Was geht hier nur vor sich? Schon sehr mysteriös. Ach. Ach. Keinen Spaß darf man hier haben, Mann. Alles verboten. Überall. Wie kann ich gehen? Okay. Ach. Yeah. Yeah. Yes. Sehr schön. Ich werde noch Visage gucken, ob Migräne sagte Nein, sehe ich da. Ich fand Visage gar nicht so gruselig, ehrlich gesagt. Also es war halt spannend zu spielen, weil es irgendwie cool anzusehen war, aber ich fand es halt null scary. Good morning. Uh. Jeden Tag ist es so heiß. Ich trinke meine Wasserflasche so schnell aus. Apropos. Die Sommerferien fangen bald an. Hast du schon Pläne, Senpai? Nope. I see. Oh, du bist niemand, der weit im Voraus plant. Verstehe. Dann haben wir vielleicht eine Chance mehr zu trainieren. Ich würde dir gute Anweisungen geben. Sag einfach Bescheid, wenn es dir passt, Senpai. Oh, die Bahn ist da. Legen wir also los. Hey, dein Telefon ist fangen. Hat Alibaba dir geschrieben? Hm, er ist nur Ryuji. Nichts. Lass uns sofort wissen, wenn er versucht, Kontakt mit dir aufzunehmen, okay? Ryuji wieder? Er ist einfach nie aufzunehmen, oder? Hallo. Oh, heute hast du geantwortet. Ich bin Alibaba, wie du weißt. Du bist der Anführer der Phantomdiebe, richtig? Das stimmt. Ich weiß deine Ehrlichkeit zu schätzen. Ich nehme an, du hast die Prangerkarte erhalten. Bist du gerade in der Schule? Sitze im Unterricht. Hm, du bist ein überraschend fleißiger Schüler. Also, ich habe die Prangerkarte für dich vorbereitet. Wann wirst du es stehlen? Wie meinst du das? Du kannst dein Herz nicht stehlen, solange du nur eine Prangerkarte hast? Wir brauchen den Namen des Target. Ich brauche einen Namen. Einen Namen? Könnt ihr ohne diese Informationen denn wirklich keine Herzen stehlen? So ist es. Ah. Ich schätze, auf den Prangerkarten standen wirklich immer Namen. Einen Augenblick. Na schön, ich verrate ihn dir. Ich glaube, ihr Name lautete Futaba Sakura. Wenn ihr bei dieser Mission versagt, werde ich der Welt und der Polizei eure Identität preisgeben. Also dann. Ich verlasse mich auf euch. Wir werden uns nach dem Sinneswandel widersprechen. So, er hat ihn verraten, und dann hat er einfach ausgedrückt? Hmm. Sakura? Ich glaube, ich habe den Namen schon gehört. In jedem Fall, wir sollten alle wissen, ob das. Wir werden uns beobachten, wenn wir das nicht machen? Was ist das? Taba Sakura? Was ist Sakura? Es ist der letzte Name der Boss! Er hat eine Familie? Er hat sie? Für wirklich? Wie lange bist du? Würdest du normalerweise mal beobachten? Ich meine, du bist in seinem Ort. Na ja, seine Situation machte Dinge schwierig. Der Karte wurde in der Boss geöffnet. Es wäre besser zu sagen, dass dies alles zu verabschieden ist. Eine der Grund dafür ist, dass Alibaba nichts über die Witch-Futaba-Sakura erwähnt. Ich glaube, er denkt, dass der Name allein genug ist. Das macht Sinn. Ich glaube, dass es notwendig für uns zu denken, dass dies jemanden nahe ist. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich weiß nicht, wie Alibaba hat seine Smartphone informiert. Aber, seitdem er uns über Chat befindet, ich fühle mich an, dass er uns taunte. Ich meine, das könnte nur ein Prank sein? Ich meine, schau mal auf seine Demand. Pay mich, wenn du nicht möchtest, wie du wirklich bist. Das würde ich verstehen. Ich verstehe. Aber er sagt, dass wir uns zu verabschieden von jemandem, ohne zu erklären, warum. Also, wir werden testiert. Regardless. Ich denke, wir sollten uns zu fragen, Boss über Futaba-Sakura einmal. Das ist wahrscheinlich für das beste. Es gibt nichts anderes, was wir jetzt tun können. Und Chief hat eine Idee, was das ist. Wir müssen sicher, dass Boss nicht herausfinden wird, wer wir sind. Wir müssen es kassierig übergehen. Hm? Was ist denn? Wer ist Futaba-Sakura? Warum kennst du das? Hm. Es hat nichts mit dir zu tun. Ich gehe nach Hause. Sicher, dass du das Platz aufhörst. Nun, das hat nicht funktioniert. Oh, da fällt mir ein. Ren, bist du dazu gekommen, den Boss nach Sakura zu fragen? Er wollte nicht reden. Könnte das einen bestimmten Grund haben? Hm. Alibaba könnte unsere einzige Hoffnung sein, Matcha zu besiegen. Wenn wir aus dem Boss doch nur Infos über Futaba herauskriegen könnten. Aber zu versuchen, es zu erzwingen, hätte vermutlich eher den gegenteiligen Effekt. Um ehrlich zu sein, habe ich den Boss und Ren einiges zu verdanken. Ich möchte nicht, dass deshalb Streit zwischen den beiden entsteht. Ich weiß genau, was du meinst. Es ist so am besten, wenn wir warten, bis der Boss das Thema von sich aus anspricht. Können wir jetzt rausgehen? Machen wir Kaffee. Wir können Kawakami anrufen? Ah ne, können wir gar nicht. Also ja, können wir, aber machen wir nicht. Kochen selber Kaffee. Wow. Ja. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Wir sollten uns ausruhen, wir haben morgen einen anstrengenden Tag vor uns. Yo. Tomorrow ist das Ende des ersten Semestres, aber wir haben immer noch all diese schlösen Scheiße kommen. Wenn du nicht das schlösen Scheiße ausfällst, kannst du deine Sommervacation küsst. Oh ja, über diese Futaba-Sakura-Gerl. Wenn sie zu den Bossen beruht, denken die Leute, die nebenher leben, würden sie über sie wissen? Das kommt von dir, Ryuji. Du solltest das auf deiner Übungen gemacht haben. Was finde ich besser? Die englische oder japanische Sprachausgabe? Also, witzigerweise finde ich die englische Sprachausgabe super cool. Ich weiß nicht, was sie machen, dass ich die tatsächlich so geil finde, aber ich finde die englische Sprachausgabe der Persona-Spiele halt richtig, richtig gut. Und tatsächlich assoziiere ich die Charaktere mehr mit ihren englischen Stimmen als mit ihren japanischen. Also halt, ich würde mir den Persona-Anime niemals auf japanisch angucken, sondern nur auf englisch tatsächlich. Weil diese Personen einfach so großartig synchronisiert sind und die sind so on point einfach für mich. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie plötzlich japanisch reden. Oh, ich will niemals über die Ausgaben denken. Insofern. In deinem Geburtstag, das ist vielleicht der schnellste Weg, um dieses Ding herauszufinden. Und wiederum, ich wüsste, dass es so einfach wird. Es ist niemals. Was ist... Ich will an den Strand. Ich will ins kühle Nass springen. Sieht so aus, als hätten wir in unseren Sommerferien erstmal keinen Spaß. Prioji hat recht. Wir wissen noch gar nichts und haben nichts zu verlieren. Versuchen wir es. Gehen wir nach Jongen. Vielleicht erfahren wir ja mehr. Kommt jemals ein PC-Port oder wartet man da vergebens sich gerade? Also, der Persona 4 PC-Port war halt insane erfolgreich. Und ich glaube, es wurde schon gesagt, dass sie gerne noch mehr Spiele auf dem PC porten wollen, würden, täten, hoffen, machen. Was das bedeutet, weiß keiner. Vielleicht kommt ein bisschen Persona 5 auf dem PC. Vielleicht, aber halt auch nicht. Es wird die Zeit zeigen, leider. Lieschen und Lord Dark. Ne, Lieschen. Wird das, glaube ich, ausgesprochen, oder? Und Lord Dark. Danke für eure Subs, by the way. Futaba? Futaba. Ja, dein Name sagt mir was. Irgendwo habe ich ihn gehört. Ach ja, das war die Lehrerin, die in der Grundschule verknallt war. Mimoki, danke für deinen Sub. Futaba? Wer? Übrigens, isst du viel? Teenager essen halt viel. Wenn du bei ihm wohnst, dann isst du genug für zwei, oder? Da hast du ja ganz schön Appetit. Was, du meinst, so viel isst du gar nicht? Dann ist es vielleicht Boss, der so viel isst. Ah, da futtert also jemand richtig, richtig hart. Futaba? Wer ist das? Ich glaube, ich kenne niemanden, der so heißt. Hm, würde diese Futaba nicht wütend werden, wenn sie wüsste, dass du ihr nachstellst? Futaba? Nein, die kenne ich nicht. Ich komme oft zu Sakura-san und liefere Sachen, aber diese Person habe ich noch nie gesehen. Ah. Hm, hm. Oh, Sakura ist der Nachname. Das habe ich jetzt erst gecheckt, Alter. Ich dachte mir die ganze Zeit so, hä? Der heißt doch gar nicht Futaba mit Nachnamen. Das ist so... Wie kann... Hä? Wie kann der dann verwandt sein? Und dann... Oh, oh, okay. Sakura ist der Nachname. Mega der Pfeifett-Moment, Alter. Alter. Eine klassische Spielkonsole. Oh, ich möchte die klassische Spielkonsole haben. Futaba? Es kommen schon immer wieder junge Leute zum Stöbern, aber ich weiß nicht, wie sie heißen. Ich möchte die klassische Spielkonsole haben. Mhm. Hm. So, up until now, our biggest lead seems to be, the Chief buys a lot of food, far more than enough for one person living alone. Let's check out all the shops where you can buy food. Hmm. This place is close to the floor, so we might be able to learn something here. Hey there, welcome. Na, die Sarah, danke für 15 Euro. Voll cool. Danke, danke, danke. Hmm. Futaba? Over at Sakura-sans? I haven't heard anything. Sorry. Come again. Hmm. We didn't find anything on Futaba. I think our only option now is to go home and ask the Chief directly. You read the letter, did you not? So you're the one who tipped him off about Futaba. You really shouldn't have done that. I have no intention of talking to you about Wakaba. Tipped off? What are you talking about? Back to the matter at hand. Your parental authority will have to be suspended. I take it you're okay with that outcome? Hmm. What? Considering the state of your daughter and your family overall, there are no points in your favor. Would you like to take this to domestic court? Our chances of victory are roughly 99.9% though. With these suspicions of abuse, there's no way you could avoid having your custody revoked. What? You're going that far? I told you I don't know a damn thing about it! We're extremely serious about this. As long as there's a possibility that cognitive science can be linked to psychotic breakdowns. Fine. You win. Thank you. I will contact you at a later date. I doubt you'll find anything you want to hear, though. That's fine. It will be up to us to decide whether the information you give us is useful or not. Next time I come here, it will just be for a nice cup of coffee. And stay out! That woman is real good at pissing people off. I will Sai echt gerne mögen, aber sie ist einfach so eine Bitch, man. Sie ist halt einfach die Prime Bitch, so. Es ist halt... Och. Sie ist eigentlich... Ich möchte... Ich glaube, sie kann eigentlich voll die coole Person sein. Aber sie ist einfach so eine Bitch, okay? Oh, man. What's with that look? You got something to say? Bro, ich bin einfach in den Top Ten der besten Schüler, okay? Was ist dein Problem? Chill mal so richtig hart, so. Well, that basically confirms Futaba exists, at least. But it sounds like she's got her own problems. More so, our conjecture that Alibaba is connected to LeBlanc seems to have a pretty solid foundation. Oh, and didn't they mention cognitive something? I wonder what the Chief's hiding. We can't really press him on the subject, though. Especially after he mentioned throwing you out. Yo, wie ist es gelaufen? Hast du irgendwas über Futaba Sakurai rausgefunden? Das habe ich mich auch gefragt. Im Versteck, okay. Wow. Also, hast du was rausgefunden? Gute Arbeit. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Danke, Rancun. Okay, dann treffen wir uns morgen. Kann ich rausgehen? In before, meine Ketto sagt nö. Hey, du kannst nicht rausgehen. Geh ins Bett. Diese dumme Scheißkatze, Alter. Gott. Super fucking nervig, Alter. Yes! All right. Well, then. A woman was threatening Boss? Yeah. She was going on about domestic abuse and taking the case to court and stuff. Oh. What's up? It's nothing. So, to summarize what you told us, Futaba is Boss' daughter, and he's abusing her? I don't know him very well. Is he really the kind of person who would do that? I would like to believe so as well, but we don't have any conclusive evidence, do we? Is it Alibaba? Ich habe dir eine Pranger-Karte gegeben und dir den Namen des Ziels verraten. Warum tust du nichts? Ich habe dir doch gesagt, dass ich euch helfe, wenn ihr ihr Herz stillt. Woran hapert es? Du weißt, dass ich eure Identität der Polizei preisgeben werde, wenn ihr mir nicht helft. Willst du das? Ich meine es ernst. Selfish person. Well, he does have information on us. Anyways, this Futaba he's talking about have a palace? If so, make keywords to get in. Try messaging him about it. Was, Hörter, wovon redest du? Tickst du mich mit irgendwelchem Zeug voll, um dein Problem aus dem Weg zu gehen? Was soll ich damit tun? Wir werden können, Alibabas Identität herausfinden, ob wir einfach mit ihm treffen können. Versuch ihn, ob es irgendeine Weise gibt, dass wir mit ihm treffen können. Treffen mit mir? Das wird schwierig. Ich kann nicht raus. Dafür habe ich meine Gründe. Deshalb nehme ich auf diese Weise mit ihr Kontakt auf. Ihr steht die Herzen der Leute direkt. Das könnte die Sache verkomplizieren. Extrem verkomplizieren. Einen Augenblick. Ich denke nach. Okay, tut mir leid. Aber der Deal ist geplatzt. Vergiss Futaba, Sakura, einfach. Vergiss es, dass wir hier miteinander geredet haben. Ich werde euch nicht verpfeifen. Keine Sorge. Entschuldige, dass ich eure Zeit verschwendet habe. Wenn du mich entschuldigen würdest. Ich sagte, der Deal ist geplatzt. Ich werde nie wieder mit euch reden. Erwarte nicht, dass ich dich nochmal kontaktiere. Erwarte nicht, dass ich mich nicht verabschiede, aber er wird uns nicht verabschieden. Gutaba, auch? Well, es ist kein Problem, jetzt. Wir können ihn nicht mehr beantworten. Aber was machen wir mit Medjet? Wir werden nicht mehr können, Alibaba zu helfen. Vielleicht haben sie uns nur geholfen. Sie haben diese große Declaration gemacht, aber sie haben nichts gemacht. Ich glaube, wir haben ihn geholfen. Sie haben sie geholfen, weil sie Angst haben, dass sie ihre Hörungen verändern werden? Ja, und jetzt wird sie nur schlafen, wenn sie rausgekommen sind und entschuldigt haben. Aber... Ich glaube, mit Alibaba und Medjet aus der Bildung, können wir sagen, dass der Fall ist, dass der Fall geholfen ist? Du hast ein Punkt. Ich glaube, es ist sicher für uns zu relaxieren. Oh, ja! Remember Kanashiro's treasure? Prepare to have your minds blown. Wir haben 150,000 Yen aus dem Geld. Das ist toll! Wir können wirklich all out mit diesem Geld machen. Ja! Wir machen uns auf die FIREWORKS-FESTIVAL. Wir müssen essen etwas Fittin für die Phantom Thiebe's weltweit debut. Wo wäre es gut? Oh, wie geht's mit Sushi? Ich kann wirklich ein bisschen essen gehen, auch ein bisschen. Der beste Weg ist, dass du dich auf den Gingern vorst, bevor du zu essen möchtest. Das ist meine Technik-Technik-Technik. Du musst das nicht machen, diese Zeit machen. In der Fall, definitiv nicht machen. Okay? Ich bin für Sushi. Du bist auch mit dem, was? Dann ist es entschieden. Okay, wir gehen morgen Abend. Auf diese ganze Magic-Sache wohl nur ein Streich war? Wenn ich in Ruhe darüber nachdenke, ist es seltsam, dass sie noch nichts unternommen haben. Wenn sie es auf die Phantom Thiebe abgesehen haben, müssten sie jetzt handeln, wo wir berühmt sind. Hm. Stimmt, jetzt wo du es sagst, finde ich es auch komisch. Vor allem, nachdem sie uns so theatralisch verspottet haben. Ja. Auf jeden Fall sollten wir uns Gegenmaßnahmen einfallen lassen. Aber erst einmal können wir vorsichtig das Sushi genießen. Mehr können wir nicht tun. Das macht keinen Spaß. Hm. Yous got recht. Tut mir leid, dass ich das erwähne. Aber, äh, und auch noch einen Tag vor unserer Party. Kopf hoch, Makoto. Morgen können wir Sushi essen wie Könige. Ich hoffe, dass sich besonders eine Person anständig benimmt. Ich sage aber nicht, wen ich meine. Ich hoffe, du redest nicht von mir. Sassi. Oh hey, guck mal. Sie geben uns die Wahl, irgendwas zu tun. Drei. Zwei. Eins. Oh. Hey. Wir müssen am Morgen denken. Es ist ein wichtiger Tag. Wir gehen Sushi essen. Yes. Alright. Fuck me, Alter. Well then. Do 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 do. You seem quite busy, Saisan. I take it you're stuck in the middle of everything? The Phantom Thieves made a mockery of us when they brought down Kanoshiro. And to make matters worse, Medjid, who has been dormant for some time now, just declared war on them. How much more can they screw us over? Stress is bad for the skin, you know. Did you come all this way simply to be sarcastic? How about you listen to my deductions for a change of pace? You may think it absurd, but don't you think the case you're pursuing and the actions of the Phantom Thieves overlap somehow? What are you basing this off of? The one point of commonality across all cases is how those involved have an unforeseen change of heart. I've suspected that myself, but those suspicions are unfounded. I told you at the beginning that this was only a deduction. These just Phantom Thieves are riling up the public. However, that is a disguise. Their true goal is terrorist action by way of psychotic breakdowns. Is that too much? There's nothing at the moment that falsifies that claim. Have you mentioned this to the police? I'd never tell them such things. The only value they have to me is in their mobility and organizational capabilities. Hmm. It seems having you lend me a hand has paid off. I'm glad to hear that. What about your case, Sai-san? Did you learn anything from the guardian of that mental shutdown victim's daughter? Nothing at all. I see. Now, what should my next action be for our victory? Handle the Phantom Thieves without remorse. Use any means necessary to win. That's how I would deal with them. Very well. This seems to be fun for you. Are you on to something? No, not at all. Well then, to our victory. Okay. Zeit für Sushi, sagt Morgana. Aber wir sagen, sorry, wir können kein Sushi essen gehen. Morgen ist ein wichtiger Tag. Es ist leider nicht möglich, dass wir das Haus verlassen. Okay. Man, the Flounder is out of this world. That texture. I don't see any prices listed here. It's called Market Press. Don't worry about it. We got the cash. So good. Hey, is the Fatty Tuna ready yet? Hold your horses. Don't talk. By the way, is Boss really the kind of person who would abuse someone? That again? I can't get it off my mind. Especially if it means he could be taken to court. What kind of person is he? Do you truly believe he'd do such a thing? Ich sage nein. Er ist eigentlich mega der gute Boy. It's true about the abuse. He'd be a no-good jerk pretending to be a guardian. Maybe the chief is the one who needs a change of heart. Hold on a sec. About that. I actually got curious after our conversation. And checked his name in the nav. Sounds to me like there wasn't a hit. Right. Anything beyond this is his family's problem. We probably shouldn't get any more involved. Wait, you think Alibaba could be Boss' ex-wife? He must have cheated on her, and that's where Futaba came from. Doubtful. Your imagination has run rampant. How foolish. Still, this is delicious. Delicious. I've never experienced anything quite like it before. Man, and it's all thanks to us being the Phantom Thieves. Ha 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 ha. Uh, um, f-f-fan-fantastic. This sushi is delicious. Y-yuh, the fish is sooo fresh. Verkarkt einfach. Everywhere we go, we hear about these Phantom Thieves. What rubbish. Think about where we are, Ryuji. Sorry, it just kinda slipped. My apologies for bringing up Boss again. We should just enjoy the food. Nijima-san. What are you doing here? Akechi-kun. Akechi? You're the ones from the TV station. Could it be that you're friends of Nijima-san? Do you know this guy? It's nice to meet you. My name is Akechi. Glad to make your acquaintance, Yusuke Kitagawa. How do you know my name? Well, because I'm a psychic, of course. Ha ha ha. I'm only joking. In truth, I'm a rookie detective. You're a former pupil of Madarame, right? I have actually just recently joined the investigation team looking into the Phantom Thieves. Did you see that Mejed has declared war on them? War? Their website was updated just a moment ago. For real? Ah, English again. Wait, what? What's it say? Huh. Why do you seem so agitated? Oh, um... She's, uh, a huge fan of the Phantom Thieves. A total nutjob for them. Hmm. I don't know how wise it is to be a fan of groups like them. What is with these comments? My apologies. I didn't mean to butt into your conversation. But I must say, this is an interesting group. Prosecutor Nijima's sister, an ex-pupil of Madarame, and a few Shujan Academy students. It seems you're all connected to the Phantom Thieves. Perhaps you have better intel than I do. Ah, yes. I wanted to ask you something. Regarding this whole Mejed commotion, if you were one of the Phantom Thieves, what would you do? Hmm. So you share the majority's opinion. Sorry to disappoint, but we're just normal high school kids. If anything, we want to hear what you got to say, Mr. Detective. My profiling of the Phantom Thieves has led me to believe they are a group of juveniles. They have a relative amount of free time after school and a hideout to slip away to. Furthermore, considering Kamoshida was their first target, it seems they began activity around April. In a way, all I've just said about the Phantom Thieves coincides with the group you have here. What? You're going to report us? I didn't say I was being suspicious of you. Me? You're siding with him? I wasn't anticipating that response. You always find a way to rise above my expectations. You really are an intriguing one. I lack your calm mannerisms. But don't you think my deduction is an interesting one? I bet we'd make a great team if we worked together. Glucks. What? The hell are you saying? Well, this has been a valuable point of reference for me. I hope to see you all again. What was that about? Do you think he's ascertained our true identities? Nah, couldn't be. Right? I'd like to say that it's simply us overthinking this, but it may be best to be cautious from now on. We shouldn't forget that Alibaba was able to discover who we are. True. But it's not as though he had tangible evidence to prove that discovery. Just keep acting normally. More importantly, things are getting serious with Medjet. Oh yeah! What did they write? Here, I'll read it. We are disappointed in the people of Japan and their belief in the Phantom Thieves' false justice. Hence, we shall proceed with our plan to cleanse Japan. This process will commence on August 21st. As a result, the Japanese economy shall suffer devastating damages. For real? Keep going. However, we are magnanimous. We will give the Phantom Thieves one final opportunity to repent. As proof of this repentance, we demand that they reveal their identities to the public. We will attack if these demands remain unmet. The future of Japan rests with the Phantom Thieves. We are Medjet. We are unseen. We will eliminate evil. That's what it says. Sounds bad. In other words, if we don't unmask ourselves, Medjet will attack Japan, correct? And it seems they are quite the attention seekers. What are we going to do about this? If only we could get in contact with Alibaba. Our only clues are Boss and Futaba. Anyways, it's too damn hot out here. Why don't we go to Leblon? We can talk more over there. We went through all sorts of options on our way here, but looks like we got no choice but to ask for Alibaba's help. Question is, how do we get in touch with him? He cut off all contact with us after that misunderstanding. Then again, if we manage to steal Futaba's heart, he may attempt to reach out to us once more. But we don't have any clues on what her keywords are. Damn it, Alibaba! Where the hell are you? Actually, he may be closer than we think. Huh? Hypothetically speaking, even if we stole Futaba's heart, how would Alibaba know that the deed has been done? Would he truly be able to discern that just from cell phone messages? You mean he'd have to meet her in person? Alibaba was able to deliver the calling card here. On top of that, he can check on Futaba's condition. However, according to the circumstances he put forth, he's unable to meet with us. This leads me to believe that it would be bad for him if we were to see the two of them together. It seems to me, Alibaba may in fact be Futaba herself. For real? What? This makes no sense. She's asking that we steal her own heart? Maybe she wants us to save her from the scars of her abuse. That would be hard to ask directly. I'd like to meet with Boss. He lives nearby, right? Was? Is that? Was? Was? Is that? Was? Bro, what? Okay. Los geht's. I agree. It's real late, though. What are we going to tell Boss when we get there? We'll say this take-out sushi is a gift for him. But my fatty tuna! No complaining. Let's all go together. Boss may get the wrong idea if he and I show up alone. Nobody's answering. But the lights are on. Think she's napping? Even Boss would have woken up with how many times we've rung this doorbell. I would think Futaba would have answered by now if she were here, too. Ah. The gate is unlocked. Dude, you can't go open in other people's stuff like that. But look, the door seems to be slightly open as well. I wonder why. That's rather careless. Whoa. It sounds like it's going to rain. We should get inside. Do you think that's okay? I don't know. Probably. My apologies, Boss. Yuji nach der Meinung zu fragen, ob irgendwas okay ist, ist generell schon mal der falsche Weg, würde ich so sagen. I don't know. Sir? He's not out, is he? The door ahead is open, and I can hear the TV. I hope he didn't pass out or something. I mean, Boss is kind of old, ain't he? I'm a bit worried. Should we go in and check on him? Please excuse us. A scream? What was that? How should I know? Did you hear that? Let's get out of here, please! Can we just go? What are you freaking out for? I'm not freaking out! Could it be Alibaba? I mean, Futaba? Uh, sorry, um, can I hold your hand? I can sense someone's presence. Who is it? Who's there? I can't take this anymore, I'm leaving! No! No! My legs won't move! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! That's silly. Come on! Where are you? You're a hacker, right? Just show yourself! I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry! Please save me, Sis! Are you okay, Futaba? Crapies home! Oh mein Gott. Good evening, sir. We didn't mean to intrude. Nijima-san. Wait, are you two dating? We're just friends. Friends nowadays get that close to each other? That's not it. This... things happened and... By the way, we are here too. Um, we brought you some sushi, but nobody answered when we rang the bell. The door was unlocked too. We could hear the TV though, so we got worried you might have passed out or something. The door was unlocked? Yes. I do that sometimes. Guess I'm getting old. Um, excuse me. There's something we'd like to ask. Huh? You want to ask me? There's someone else living here. Isn't there? Yeah. My daughter. Could she be Futaba Sakura? You told Nijima-san too? Uh, um... Is there any way we could meet with Futaba-san? I think we may have frightened her earlier, so... We'd like to apologize if at all possible. Well, uh... that's... Is she sick? No, it's not like that. I don't want you all getting the wrong idea. I shouldn't have kept this a secret from you. Let's talk at my shop. She'll hear us if we stay here. Now, where do I start? Futaba's mother and I knew each other long before Futaba was born. Her mother was a bit of a weird one, but we got along well for some reason. She was sharp-witted, somewhat stern, a little socially inept, but always carefree. She truly was a great woman. I see. When something piqued her interest, that'd be all she focused on. She always worked deep into the night. I thought that'd change after her kid was born. But having Futaba didn't do much. Even with that, she always took good care of her. Working and watching over a child at the same time sounds rough. I guess, raising Futaba alone turned out to be tough on her in more ways than one. Damn! Crazy, man. So, by the way, ähm... Mimoki, Nils, Seraph Dragon und Grey Rainbow, danke für eure Subs. Und NertiSera, danke für 15 Euro. Und Dutopia, danke für 5 Euro. Ihr coolen, coolen Menschen, danke für euren Support. Weiter geht's. There wasn't a father. Do you mean... Well, there probably was one. I didn't know him, though. She never said a word about him, either. She was single when she gave birth to Futaba, and single when she raised her. They were an ordinary, loving family. You could really tell how much she cared for Futaba. But one day, she left... Leaving Futaba behind. Yes. She committed suicide. Damn, okay. Suicide? Threw herself into the street. Right in front of Futaba's eyes. Shocking doesn't begin to describe that. Holy shit! That'd be devastating for a kid. So... Well, a lot happened after that, but I ended up taking custody of Futaba. First, she was so depressed, she... She wouldn't even talk to me. Was that because she couldn't get over her mother's suicide? I kept talking to her, though, and she started opening up to me, little by little. That's when I found out, Futaba blames herself for her mother's death. What? But why? That part, she's never told me. I wanted to know what led her to believing that, but I decided not to rub salt in the wound. Then, a few months ago, she started getting real scared. Even when nothing was happening, she'd say things like, I hear voices and... Mom is looking at me. Visual and auditory hallucinations. Have you taken Futaba to a doctor? I wanted to, but she refused. Even when I had a doctor come, she locked herself away in her room. Since then, she's become what you'd call a shut-in. She won't take a single step outside the house, or even try to see other people. What about you? She doesn't even let me come in her room. That's pretty harsh. Futaba is... well... a unique girl. She's so quick-minded that conversations with her tend to jump from one topic to the next. It seems like she's always coming to conclusions in her head. But there's a lot I don't get about her. So, yeah. Her situation is why I couldn't let you in my house. Thanks. What Futaba needs is a safe place where nobody will threaten her. Somewhere she can be at ease. That's why I won't do anything she doesn't want. I don't make her do anything she's unwilling to, either. And again, I know that's no way for her to live. It's all I can do, though. I don't know. She just asks me for things that she wants. Like food, or... these complicated books. Well, that's that. So, can you just... leave her be? I'm gonna head back, then. You all had better head home soon, too. I feel awful for prying into his personal affairs. No way in hell he's abusing her. The reason why Futaba wants her heart stolen must be related to what happened to her mother. So, she'd like to discard her feelings of pain, but can't do anything about it herself. Will changing her heart really help her, though? If we can help her, we may be able to stand up to Medjet. Hold on a sec. Do we even know if she has a palace? Let's check. The Futaba Sakura that lives at Sojiro Sakura's house is... is that gonna be enough? Candidate found. What the... She's got one! So, someone can have a palace, even if they're not evil? Hey, Morgana! Where's Morgana? I haven't seen him for some time. So, ever since we went inside Boss's house? Somewhere around there. He'll be fine, though. He's a cat, after all. The trains are gonna be shutting down for the night soon, so we should probably be heading home. We have to go to school in the morning, after all. Oh, right. The urgent assembly. An assembly? What about? Shujin has been garnering a lot of attention ever since Medjet called out the Phantom Thieves. So, they need to remind us not to say arbitrary stuff online and add more fuel to the fire. We gotta meet up for every goddamn little thing. Talk about a pain in the ass. I mean, it is our fault. Anyway, let's contact each other afterward. No way in hell he's abusing her. The reason why Futaba wants her heart stolen must be related to what happened to her mother. So, she'd like to discard her feelings of pain, but can't do anything about it herself. Will changing her heart really help her, though? If we can help her, we may be able to stand up to Medjet. Hold on a sec. Do we even know if she has a palace? Let's check. The Futaba Sakura that lives at Sojiro Sakura's house. Is that gonna be enough? What the... She's got one! So, someone can have a palace even if they're not evil? Hey, Morgana... I just heard the Vielen Dank.